Herzlich Willkommen zurück bei Trine 3 zusammen mit Nephias und Anonymous. Und wir müssen jetzt Minispiele machen. Geil, geil, geil sein. Das letzte Level, also wir waren ja bei der Tür und wir haben es danach nochmal versucht. Es geht einfach nicht zu dritt und dann musste Goros alleine machen. Goro hat jetzt alle Geheimnisse von Trine erfahren und wir nicht. Und wir können euch dieses Level leider nicht zeigen. Ein Stückchen. Einfach so ein Loch im Boden zu lassen. Da kann doch jeder runterfallen. Ich habe noch immer keinen Weg nach oben zu Amadeus und Soja gefunden. Ein Ritter Level. Haben wir das nicht schon? Anderes. Das heißt, es muss auch einen verlassenen Eingang geben. War alle, oder? Ja, ja. Aber schön, dass du sofort sagst, gut, Anne. Das ist doch bestimmt auch nicht richtig. Was? Muss man das so hochhauen? Ja, scheinbar. Das ist ja voll Banane. Nein. Äh, das ist doch irgendwie komisch. Äh, das ist doch irgendwie komisch. Äh, aber okay. Achso, und dann Wall Jump. Okay. Na gut. Wenn das Spiel meint. Ich trau mich nicht. Achso. Ich trau mich nicht. Hier unten lang. Alle. Oh, hier kommt Tromme. Ja, das ist, äh. Ich häng hier grad ein bisschen noch rum, weil ich das Reich da geholt hab. Was passiert hier? Oh Gott. Da lag ein halber Troll. Was ist nach hinten? Ist ja hinten die Richtung, oder was? Da rechts muss man gehen. Ja, einer von uns muss drehen. Moment. Ja, weil da oben... Das ist doch... Warte, lass das so, lass so. Das war perfekt. Nein, wir müssen uns drehen. Das war perfekt. Das war perfekt. Ey, hört doch auf, ey. Ihr macht alles kaputt. Ich komm da nicht an. Drehs, Arne, drehs. Ich bin weg. Tschüss, Leute. Ich bin raus hier. Grüß euch, Leute. Oder ist das so? Ciao, Leute. Kommst du? Anne hängte da grad ein bisschen abgebrochen. Ja, Anne. Ah, wird sicher. Überrascht klingst, wenn du das sagst. Was ich geschafft. Ich hatte ja dagegen gewettet, aber ja, sie hat's geschafft. Wir kriegen hier noch 25 Dreieck. Sie hat einen Super-3-Level ausgesucht. Alle Minispiele geben 25. Du landest da? Ja, frag mich nicht. Guck mal, wie er hochkommt. Ja, wir brauchen das Ding hier hinten. Oh. Aber irgendwie... Warte mal, hä? Hm... Fragen, wie wir den... Ah! Was ist das? Ah! Was machst du denn? Dagegenrennen, damit das Pferd. Ach, nicht von der Seite. Ja, aber von der anderen Seite fällst du runter. Ah! Okay, lebt wohl, Freunde. Ich bin voll nach unten gepfeffert. Super. Hau es mit einem Dash nach rechts. Hey, wie geht denn das nochmal? Ja, rechtsklick und linksklick dann. Warte... Aber be-be-belebt mich das wieder. Wieso geht das nicht? Wieso willst du da wieder belegen? Ich nicht. Ach, das geht doch hier gegen das Ding. Ach so! Das ist ja klar, das ist ein Hochschlag irgendwie. Warte mal. Wieder hochschlagen. Ja, das ist irgendwie... Ach, das war beweglich. Ah, warte mal. Ja. Ja. Warte, wir müssen das da irgendwie hoch kriegen hier. Hier das hier. Ach, warte, ich weiß wie. Ich sag das mal zurück. Also, der Wagen nach links wieder? Ja, weiter, weiter. Nein! Hä, wie kriege ich das denn hoch? Vielleicht musst du auf das Ding drauf springen? Ich muss hier auf die Wippe springen, damit das wieder hoch geht. Ja. Aber hab ich ja gar nicht gemacht. Nee, auf die Wippe du springst oder nicht? Nee, hier. Ja, ja, aber... Das ist falsch. Was dann? Du musst rüber zum Wagen. Ja. Ach, du bist auch schon tot. Ja, du bist auch schon die ganze Zeit tot. Das beten sich die Leute ein, einfach so ein Lochboden zu lassen. Dass du lebst noch. Wir sind wohl lächerlich mit euch. Sieht nach einer verlassenen Mine aus. Das heißt, es muss auch einen verlassenen Eingang spielen. Das ist meine Mama aus dem Spiel. Wir nehmen leider keine Rücksicht auf Verluste. Ah, stampfen vor der Tür. So geht das. Wir müssen Anne zurück. Ach, jetzt plötzlich. Dampfen. Dann geht das hoch. Oh Gott! Oh Gott. Schnell! Warum immer Anne? Ich weiß es nicht. Es ist nicht... Ich bin nicht immer in die Idee. Wollen wir mal festhalten. Oh nein! Oh Gott. Die immer rumbagen, die Dinger. Was machst du denn hier mit dem Goblin? Haben dir doch nichts getan, die armen Goblins. Doch, die wollen euch auch einen. Wer ist denn da über mir? Ich. Meinst du, das klappt, wie wir das hier gerade machen? So. Nee. Das klappt so. Wir müssen das hier sowieso kaputt machen. Ja. So. Dann fährt er runter. Ich finde den Ausgang nur, wenn ich auch danach suche. Also. Gehen wir es an. Jetzt ist hier die Sperre. Gesehen? Kann man den da hochspinnen oder was? Ja, ich glaube ja. Wow. Das war schon gar nicht so schlecht. Spin to o. Spin to win, ey. Einer muss dagegen schlagen von der anderen Seite. Warte mal, schieb den erstmals vor. Aber man muss es doch auch alleine schaffen können, so. Ja, aber es ist bestimmt. Wer stirbt hier die ganze Zeit? Der fährt jetzt erstmal wieder zurück. Das Problem ist, dass da halt kein Boden ist. Das macht alles ein bisschen schwerer gerade. Warte. Aha. So. Ja, okay. So, jetzt spring ich. Okay, warte. Spring nochmal, spring nochmal. Oh. Ich hab mich umgebracht. Was? Jetzt stand es wieder oben. Ich hab die Labe gespuckt. Nein! Ach man. Man kann nicht in der Luft mehr schieben. Ach so. Jetzt. Oh mein Gott. Bleib da. Das ist die richtige Lösung. Das ist richtig. Das muss richtig sein. Warte, der muss erstmal wieder hierhin fahren. Okay, warte. Dann schieb ich den da hin. Muss hier nur auf die... Charge! Schneller! Hab eins runterzufallen. Ja, ja, ja! Charge! Charge, charge, charge! Stampf, stampf, stampf! Nein! Nein! Ja! Jetzt rette mich! Ich... Dann eh oben. Piece of cake! Piece of cake! Es war 100% nicht der richtige Lösungsweg. Oh fuck einfach! Ich guck keinen Trine Entwickler in dieses Spiel. Dann müsste er weinen. Über sein Level-Design. Oh man, jetzt hier rein. 25, wo gehen wir jetzt rein? Wir brauchen noch... Ohne Ende. Wir brauchen noch so... 75. Leck bei mir wieder rum. Ich hoffe, ich disconnecte ihn noch nicht wieder. Wenn das also ein Traum ist, dann kann ich ja vielleicht einen Feuerball zaubern. Amadeus! Wach auf! Noch nicht. Ich muss erst was ausprobieren. Feuerball! Komm zu mir! Nicht passiert! Wie schade. Vielleicht versteckt sich der Feuerball vor mir. Ich sollte ihn suchen. Der Feuerball. Eine Kiste reicht, glaub ich. Ah! Hi! Au! Nein! Wie bist du gestorben? Oben drauf! Anne, du schaffst es! Pass auf! Ist da oben noch ein Steinchen? Ja. Nee. Sicher? Obendrauf? Aha! Anne! Ich hab's genau gewusst. War da links nicht noch was? Nee, links war nix mehr. Koro ist tot. Wieso startet man dann immer an so ner Scheißstelle wieder? Ja, das ist richtig ding. Warte, können wir das wieder hochdrücken? So. Achso, warte! Ich will deinen auch mal hinten hin. Damit das schwer genug wird. Ich glaub ja. Mit dem Mausrad nach hinten. Oh Gott! Oh Gott! Nein! Wie mach ich das denn? Kiste beschwören und rechts klicken. Also geht's schon. Rechts klick halten und links klick dann. Der macht wieder die Feuerkringel. Oh Gott! Ich muss den Magier treffen. Pass auf! Feuerkringel auf Doom. Hä? Ist er jetzt tot schon? Ja, es war so einfach. Ich hab ihm einen Kopfschuss gegeben. Warte, da unten ist aber noch ein Kringeldingel. Da unten sind noch Steine vor allem. Kringeldingel, warte mal. Ja genau. Wer ist jetzt da runter gesprungen? Ich. Okay. Ja, so lasst ihr mich auf jeden Fall wiederholen. Hehehehe. 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 Oh Mann, die ist so dran. Hehehehe. Spaß dies. Oh. 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 Was macht die denn? Oh. Orben ist noch ein Kringeldingel. Warte. Oh. Ah, das ist noch mehr. Warte. Ich will da noch mal hin. Mama. Oh Gott. Wo bin ich? Ach da, okay. Ich halt das Ding erst mal. Ja, warte. Nein. Weißt du was? Ich mach das von der Seite. Das ist einfach an hier. Hier ist leichter. So. Ja, ist das. Ah, das machen wir noch mal. Na, ein Gerot überlebt. Die Mörder. Die Mörder. Ich will nicht, dass überall Feuerbälle durch die Gegend kullern. Ich will einen richtigen, echten Feuerball herbeizaubern, der Dinge zerstören kann. Warte, warte, warte. Darf ich mal? Ah. You are so smart. Okay. Ich glaube, er hat es so schlimmer gemacht. Ich glaube, du warst zu schlau dafür. Ich glaube, das ist schon so korrekt. Nee. Kann so nicht korrekt sein. Das ist schon... Warte, 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 warte. Warte, stopp. Nein. Doch, und dann können wir uns da rüberschwingen. Nein, lass doch mal los. Aber das passiert ja nicht. Lass mal los. So. Was ist denn da oben mit der Rolle? Ja, nix ist mit der Rolle. Du bist völlig von der Rolle her. Wieso machen wir uns überhaupt die Mühe? Wir gehen einfach mit dem Würfel da hoch. Weil das Spiel ein bisschen schmied. Weil das Spiel... Ah, nix. Also dann können wir genauso gut was anderes auflegen. Zum Beispiel? Ey, jetzt hör auf mich zu behindern. Guck mal. Das Teil ist unendlich lang. Hast du es gerade rumge... Ja, jetzt hast du es kaputt gemacht. Nee, jetzt ist es... ...korrekt. Guck mal. Man wickelt es einfach fünfmal drum. Das ist völlig falsch. Ach so. Ist das nix? Glaub nicht. Stirb doch nicht. Ich wollte nicht sterben. Geh weiter. Okay. Was ist das? Ich wollte jetzt nicht... Wer geht denn da so mutig drauf? Ich? Was ist das? Okay. Wenn du nicht weißt, was etwas ist... Warte, da oben ist ein Drache. Den treff ich jetzt. Den gehst du nicht. Ich höre ich das Gefühl, hier soll was passieren. Aber es tut es nicht. Ich glaube, der Drache ist ein bisschen aktiv. Ach, der Drache. Da passiert doch nix. So, dann lass uns da mal drinnen auf. Hier ist es auch nicht. Ach! Zum bestimmten geheimen Schalter. Hä? Die bleiben ja gar nicht kleben. Kann man hochheben? Jaja. Aber die sollen ja irgendwie an der Wand hängen bleiben eigentlich. Ah ne, warte auf. Das ist ja... Wir spielen jetzt einfach Lego und bauen uns ne Treppe. Okay. Das ist... Ich hab jetzt komplizierter gedacht als nötig. Ist cool. Wir sollen uns aber einen Weg dahin auch noch lassen. So. Ach, da ist ein Boden drunter. Ich dachte, wer schluckt drunter oder so. Aber... Aber... Das sind Rache. Ja, wir haben alle 25. Wup, wup. I dreamed a fireball. Almost. Haben wir das nämlich hier schon? Ja, das haben wir gerade gemacht. Das war das erste. Aber wieso ist die Flagge da nicht runter, wenn wir hier alle gefunden haben? Weil... Gute Frage. Was haben wir schon? Ich vermisse die Zeit...